Proklamation in dem Bewusstsein meiner Verantwortung vor Jahuwah Gott und den Menschen. Von dem Willen beseelt, dem Frieden der Welt zu dienen, mache ich gemäß der preußischen Verfassung von 1850. Folgende Proklamation gehöre ich im Namen Yahusha, Jesus Christus, Immanuel, dem König aller Könige, bitte ich um mein Erbe, von Jahuwah Gott gegeben, den Boden meiner Heimat, Preußen, der preußischen Boden, der meinen Vorfahren als Erbe gegeben wurde. Darum fordere ich hiermit meine ererbte Staatsbürgerschaft des Königsreichs Preußen ein und die damit verbundenen Boden- und Lebensrechte. Ich nehme hiermit Schirunowski beim Wort, ganz Preußen mit der Hilfe Russlands wiederherzustellen. Dies soll geschehen, ohne die dort lebenden Menschen zu vertreiben. Dies verunäußerliche Erbrechte wurden meinen Vorfahren in den Jahren 1848 und 1850 durch. Friedrich Wilhelm IV. übertragen mit der preußischen Verfassung von 1850 in Verbindung mit dem preußischen Landrecht ist der Mensch mit Beginn der Geburt Träger aller Rechte und ich nehme dieses hiermit wahr. Manuel aus der Familie Schröder zu Lübeck, den 23.11.2020. Jahuwah!